DDS-CAD 18 in Lektro liest die Rauminformation aus der IFC-Datei eines Referenzmodells automatisch ein. So starten Sie ohne Umwege mit Ihrer Open BIM-Planung. Das Konvertieren der Rauminformation und das Erstellen einer Raumdatenbank entfallen vollständig. Sie sparen sich einen kompletten Arbeitsschritt. Die gesamte Elektroinstallation orientiert sich mit Ihren Objekten an diesen automatisch aufgenommenen Raumdaten, an den erkannten Böden, Decken und Wänden. Mit DDS-CAD 18 planen Sie Elektrotechnik also direkt auf der Basis des IFC-Referenzmodells. Dadurch werden Fehlerquellen verringert und es entsteht eine nachhaltige Datenqualität. Die Rauminformationen können auch für weitere Zwecke herangezogen werden. So dienen die Daten zum Beispiel zum Erstellen von Materiallisten, für die Lichtberechnung, zur Darstellung in Schemata und für die Übergabe von Elektromodellen an Messgeräte. Das Konvertieren des IFC-Referenzmodells